Gimri Yamabuki Momotaro 52 cm Nizai Weiblich Sehr gute Qualität, super Gimri Ich hoffe man sieht es gut aus dem Video, also ein ganz ganz toller Gimri Yamabuki Der Kohl wird groß, 52 cm ist ein gutes Maß, haben wir jetzt dabei gekauft und früher von hier aufgezogen Wächst im Moment sehr gut, weil die Wassertemperatur dementsprechend ist Hoher Kohl, guter pulliger Körper, also ich denke dass wir den auf 80 cm kriegen, wir wollen aber gucken Qualität ist er sehr gut